Storchweiß am Nürnberg, über den nächsten Lauf in der temperate Kürze Kerstanse. Die Vorgaben, Ambruch, Schäger 9, 15, 5, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 10, 10, 15! Halt der Kürze, auf der 2, Redskirche, die Vorgaben sind und man klässt da auf der 2. aber auf eins die Blackwoods von Insel Rügel und Race for Fun aus Sings da auf der Zwo. Jetzt kommen die Böhmäuse und das auf der Böhmäuse. Der Race for Fun aus Sings da auf der Zwo. Vorne haben wir die Blackwoods vom Stocker Team von der schönen Insel Rügel. Sie setzen sich ab, die Böhmäuse auf der Zwo. Erschnitt, die Elfbahn geht raus, Sings von Fondtschnied. FKT Racing auf Platz 3. Anruhe, der Böhmäuse, 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 die Böhmäuse zu dir schafft von den Regenraten. FKT Führer der Position in den Böhmäuse. Und damit auf geht es hier hin und hier schon wieder gelaufen, das dritte.